In dieser Anleitung beschreiben wir Ihnen, wie Sie Ihren FRITZ! Repeater ganz einfach per Tastendruck mit dem WLAN Ihrer FRITZ!Box verbinden. Diese Anleitung gilt für alle aktuellen FRITZ! WLAN Repeater und FRITZ!Boxen. Der FRITZ! Repeater übernimmt dabei sämtliche WLAN-Einstellungen der FRITZ!Box, zum Beispiel die Zugangsdaten und den Gastzugang und kann von allen WLAN-Geräten im Heimnetz direkt genutzt werden. Bei Einsatz einer FRITZ!Box mit dem Betriebssystem FRITZ!OS 7 oder neuer, wird der FRITZ!Repeater automatisch ins Mesh eingebunden. Der FRITZ!Repeater muss sich in den Werkseinstellungen befinden. Sind Sie sich dessen nicht sicher, setzen Sie den Repeater vorab auf die Werkseinstellungen. Verbinden Sie den Repeater mit dem Stromnetz, möglichst in der Nähe der FRITZ!Box, also am besten im selben Raum. Warten Sie, bis die Power-LED und die WLAN-LED dauerhaft leuchten, beziehungsweise, wie bei manchen Repeatern, die LEDs der Signalstärkeranzeige blinken. Drücken und halten Sie für ca. 15 Sekunden oder etwas länger die WPS-Taste, bis alle LEDs gleichzeitig kurz aufblinken. Es reicht nicht, wenn nur die WLAN-LED blinkt. Achtung, gleich, ich vermute gleich und das war es jetzt. Jetzt beginnt das Laden der Werkseinstellungen. Das kann 1 bis 2 Minuten dauern. Sobald die Power und die WLAN-LED durchgehend leuchten, ist das Laden der Werkseinstellungen abgeschlossen. Ob Sie vorab die Werkseinstellungen geladen haben oder nicht, beginnen Sie mit der Verbindung zur FRITZ!Box erst, wenn die Power-LED und die WLAN-LED des Repeaters durchgehend leuchten. Drücken Sie kurz, ca. 1 Sekunde, die WPS-Taste des FRITZ!Repeaters. Das ist bei allen aktuellen Modellen gleich. Die WLAN-LED beginnt zu blinken. Innerhalb von 2 Minuten drücken Sie die Verbindungstaste der FRITZ!Box bei diesem Modell der 7590 nur einmal kurz. Die WLAN-LED fängt an zu blinken. Je nach Gerätemodell blinken auch noch andere LEDs. Wichtig ist aber die WLAN-LED. Je nach FRITZ!Box-Modell steht auf der Taste Connect WPS oder nur WPS oder nur WLAN oder WLAN WPS. Je nach Bezeichnung der Taste drücken Sie einmal kurz, bei anderen Modellen 6 Sekunden oder etwas länger, bis die WLAN-LED blinkt. Sobald alle LEDs aufhören zu blinken und eine oder mehrere Signalstärke-LEDs des FRITZ!Repeaters durchgehend leuchten, ist die WLAN-Verbindung hergestellt. In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box, die Sie über FRITZ!Box im Browser aufrufen, sehen Sie den Repeater und das Mesh-Symbol. Nun können Sie den Repeater an einer Stelle einstecken, wo er noch ein gutes Signal hat. Alle Einstellungen bleiben beim Umstecken des Repeaters erhalten. Es sollten am Standort des Repeaters noch mindestens 3 der 5 Signalstärke-LEDs leuchten. Wurde der Repeater jedoch nicht mit der FRITZ!Box verbunden, was Sie daran erkennen, dass keine Signalstärke-LED leuchtet, setzen Sie den Repeater erneut auf die Werkseinstellungen zurück und starten währenddessen die FRITZ!Box einmal neu, indem Sie sie für 10 Sekunden vom Stromnetz trennen. Verbinden Sie danach, wie eben gesehen, die Geräte per Tastendruck neu.